So, der Leute, da sind wir wieder rein mit unserer gedückten, äh, gedückten Haltung, gedückten Haltung, so, gedückten Haltung, so, ne, ähm, was ist denn hier vor, ne, sind auf der anderen Insel jetzt, ne, so, Müssen wir gucken, ähm, dann, das, die sind meine Presse, so, dann machen wir das da, und, los geht's. Patsapatspatspatspatspatspatspatsm Aha. Was ist denn der soll überhaupt? Karrus, schau dir das immer an. Legendäres Tier. Okay. Das glaube ich nicht, dass ich das will jetzt da, so schnell. Das ist, glaube ich, noch zu heftig für mich. Wir könnten ja hier hin, ne? Das ist immer gut. Das ist gut. Das ist gut. Das können wir machen. Müssen wir da lang. Hau ruck. Patz, patz. Na ja. Wie gehabt, ne? Mit der Kassamra. Ich glaube, heute mache ich ein bisschen Umbelänge, so 30, 40 Minuten. Wumschauen. Da, 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 da. Der Bärli. Servus. Keine Zeit für die jetzt, ne? So. Ja. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Fertig. Und los. Und los. Jetzt haben wir noch Gegner. Jetzt lassen wir mal reiten. Wohl, da gibt's nicht fest. Da, da war der Pfad, da hat er es gekriegt. Hallo. Übrigens, die Kassandra. Hier. Musst du nicht? Ich bin nicht da. Hallo. Hallo. Glück, dass du mich gehört hast. Das klingt ernst. Wie kann ich helfen? Ich habe Durst. Normalerweise schenkt mir mein Mann nach. Doch ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Also, wenn du mir bitte den Wein von dort drüben... Ich bin Söldnerin. Ich hole keinen Wein. Warte. Dein Mann wird vermisst? Oh, naja, das könnte wohl sein. Man sagt, es ist schwer, Ehemänner im Auge zu behalten. Kann man schon mal verlegen. Drei habe ich schon hinter mir. Den will ich nicht auch noch verlieren. Dein Mann hat doch sicher Feinde oder so etwas. Jemand, der profitieren würde, wenn er verschwindet. Die Messer. Wenn du reich bist, sind das deine Feinde. Einer, der hier das Sagen hat, kommt mit seinen verfluchten Messerfreunden immer wieder her. Sie fordern erfundene Steuern und verprügeln ihn, wenn er nicht zahlt. Wirst du ihn finden? Findest du meinen Mann? No. Keine Sorge. Ich finde ihn. Hab Dank. Und kann ich dir sonst noch irgendwas sagen? Hast du eine Ahnung, wo ich deinen Mann finden kann? Er hat auf der Straße östlich von hier nach Wegen gesucht, seine Lieferungen an den Truppen der Messer vorbeizuschmuggeln. Jede ihrer Patrouillen fordert einen Anteil. Zusätzlich zu ihren verfluchten Steuern. Normalerweise wartet er immer südlich der Höhle, bis die Luft rein ist. Ja, schön, ne? Du hast so etwas wie die Messer erwähnt. Ich dachte, Söldner kennen sich aus. Das sind so süße kleine Minischwerter. Du sagtest die Messer, als wäre es eine Gruppe, oder? Oh, oh ja, richtig. Die Messer. Das sind einfach irgendwelche Männer. Gierig. Größenwahnsinnig. Sie lassen arme, unschuldige Sklavenbesitzer wie uns förmlich ausbluten. Ja. Ich habe genug gehört. Ich gehe nach Osten und finde deinen Mann. Ich danke dir vielmals. So. Der Steuertreiber ist da, ne? So. Sander, du weißt, was zu tun ist. Wir gehen mal. Was haben wir denn erforschen vorher, ne? So. Warte mal. Hm. Wie groß. Aha. Mhm. Okay. Sonst noch was? Schauen wir mal, ne? Wunderbar, die bisschen machen. So. So. Hau rück. Na, 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 na. Wie ist die Kassandra? Ich stiele so gerne. Ba, 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 ba. Keschendetisch. So. Hoppala. Kassandra. Na, 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 na. Da hinten ist noch was gewesen. Bauernhof. Das ist ja. Das ist ja selten, ne? Ja, irgendwie findet man das nicht, no? Machen wir schnell besser. Na ja. Wir gehen mal nach oben. Oh, das Hühnchen. Das greift uns an. Level 24. Mal aufpassen. Ein würdes Viech, ja. Hier auf unsere Pferdchen kommt. So. Jetzt halt sie wieder aus, ne? Kommst du rauf? Ella. Mit der Hannibal Lecter dazu, ne? Oben ist das Astor. Da müssen wir rauf. Ah. Bauerock. Ach, die. Das andere, ne? Die zu fast, die können die Ohren, ne? Immer nur die Mädels abschleppen. Ja, hau ruck. Ja, was machst du denn jetzt? Na, endlich. Warte, jetzt noch ein Stückchen hoch. Katarakis. Ah, okay. Jetzt können wir jetzt mal das Astor schauen, ne? Wie das ist, so. Zack. Und synchronisieren. Mikroos fliegt und siegt. Freigschalten. Und... Jetzt machen wir mal die Karte. Ja. Das ist die Höhle, ne? Oh, das ist ja mein Kodisten. So. Machen wir mal die Plaster. Ahol. Was ist da? Was ist da? Ja, und jetzt? Wo ist denn das Ziel jetzt? Verdammt. Ah, markier's. Ähm. Da. Ui! Gibt's da was zu blindern? Leider nicht. Und da hat was. Mit 300 kmh ist er runtergeflogen, ne? Hm. Der Bärli ist da vorn. Den brauchen wir nicht. So. So. Ah, seltener. Stehen. Schade, schade, schade. Kopfgeld wurde empfiehrend. Aha. Na. Dun, dun, dun. Hoppala. Hoppala. Da ist er wer. Was ist hier passiert? Wachen. Korrupte Wachen. Sie haben Steuern verlangt. Sie verlangen immer Steuern. Sie brachten meinen Herrn zur Festung Dystos. Er hätte ihre dummen Steuern zahlen sollen. Er hätte zahlen sollen. Geht aber wieder schlafen, ne? Gute Nacht. So. Ich sollte zu dieser Festung. Ne, ne. Zuerst können wir mal Blinder-Buddy machen, so. So. Wollte jetzt nicht rufen. Gar. Bar. Na, da war was. Ein Gebüsch. So. Viertel. Hoppala. So. Wann müssen wir hin jetzt? Berger weiter. Da drüben müssen wir hin, ne? Lass mich zu viel ablenken, Mann ey. Was bei allen Göttern. Ja. So. Absteigen. Mit den Klappi steigen. Warte mal. Wo war schon was? Aha. Chere. Chere. Ah. Ah. Söldling. Der Rest meiner Tage wird kurz und dunkel sein. Mein Herr schickt mich in den Minen zu arbeiten. Eine scheussliche Arbeit. Ich halte es dort unten nicht lange aus. Ich bin nicht so stark, wie mein Herr glaubt. ich könnte fliehen wenn ihm etwas zu schließe oder vielleicht könnte ich mich mit ein paar drachmen freikaufen das heißt ich sollte ein paar drachmen geben ja jede drachme die du entbehren kannst hilft das kann man gebären tschüss geht zum hafen ein mann namens war na was heuer seeleute für mein schiff an so geht es dahin das andere was macht der bär dahinten das ist dann das da ok das ist nicht das da aber es kommt das da in der nähe oder macht man den kodisten da drüben noch fertig machen wir kodisten wenn es sich schon anbietet machen wir das hier hat das pferdchen keine chance Was ist? Na, komm Hopperla Bärchen So So Was ist los? Ist nichts kaputt Warte mal Okay, der hat etwas legendäres an Ahahahahaha Plopp, 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 plopp Was ist denn da drüben los? Das schauen wir uns einmal an, ne? Psss So Ruhe ist Unerträglich die Leute, ne? So 50 Drachmen, siehst du haben wir schon wieder zurück Uralte davon haben wir gekriegt Vier Stück Altar am Meer, abgeschlossen Da hat noch etwas geplippert Aufheben, ne Das war da drüben So Das war's mal nett Ich glaube jetzt ist es safe, da war So, können wir noch mehr Karte gucken Den haben wir mal kit 100 Meter unter mir Wie schaut das aus da? Die Lage Hoppala Steht so was Oje Warte mal Ein bisschen Speed Da ist auch einer Müssen wir gleich einmal ranziehen Warte mal Noch eine Schatzkiste Ein Luchs ist das Aha Verlassene Mine Verlassene Mine Ziemlich gut bewacht hier, ne? Hoppala Wie weit ist denn das weg? 120 Metern Lalalalalala Da war ein Stückchen Da Da Wurde Wurde Huuu Da war ein Stückchen Huuuii Huuuii Huuuuii Ich hab's nur so erstes mit Vier Drachen Okay kann ich dir vielleicht behilflich sein söldling ich brauche inspiration ich male die ganze zeit nur menschen auf gefäße die gefäße anmalen langweilig werden sie gekauft manchmal inspiriere mich ich brauche eine jagdszene ringe einen löwen nieder besiege einen bären oder einen hai du übernimmst das heldentum und ich das malen klingt als sollte ich den bären erlegen ja das wäre perfekt ich helfe dir du hast mein wort bitte sei vorsichtig überlass das mir wo ist der bär mann gehen wir zur mine töte einen pären jetzt muss man wieder meditieren hier muss ich vorsichtig vorgehen deswegen gehen wir auch schlafen deswegen gehen wir schlafen ja super hat es gebracht jetzt ist er noch heller als vorher haben wir es jetzt die verpissen sich jetzt hier 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 Okay. Okay. Ach nee. Ach, scheiße. Ich muss es löschen. Oh je. Ah, wieder. Mein Äpfchen. So. Aber. So, jetzt haben wir ein bisschen aufgemischt. Niederschlagen. Banz. So. So, piss dich. So, jetzt kommen wir nochmal rauf. Dann müssen wir es drauf haben. Okay. Okay. Den kann man nicht kriegen, okay. Schade. Aber vielleicht bekommen wir ihn. So. Dann gehen wir rauf da, Cassandra. So. 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 Sei leise. Du steuerst, Alter. Piss dich, Alter. Nein, locker Patzl da. Du willst mich ausführen? Zeig dir mal mein Feuer. Ja, du auch? Okay, ganz ruhig. Durchsuch, so. Ne, aufheben wollen wir es auch nicht. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Das Lager checken. Oh, Herr Icarus. Steintafel. Hoppala. Hey, ich kenne dich eh. So, passt schon. Das ist nicht griechisch, aber... Ah, jetzt kriege ich es schnatt so. Mhh. Das ist nicht mehr ferner. Uffa. Hoppala. Da habe ich müssen niesen. Da habe ich geniesst. Das ist nicht mehr ferner. Ja, dann leck mich doch. So. Wir müssen in die Höhle, ne? So. Wir gehen mal den Kodisten küssen ein bisschen. So. Da. Da, 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 da. Krass. Das ist gut. Der hat einen Hund dabei. Gefällt mir gar nicht so. Warte mal. Hoppala. Los, los. Las, los. Verdammte. Axt. Ja. Du bist eine richtige Bitch-Echte. Eindringlich. Ich war immer der Meinung, du würdest es gut machen. Du glaubtest, lass mal. Du warst erstmal, lass mich zu euch. Stimmt. Ihr lasst mich. Wir sehen nichts. Hallo. Der burning man. Warte mal. Muss ich mal das auslaufen. Warte mal. Leil. Hoppala. Ey. Das ist ein Ruf in den Arsch, echt. Hoppala. Ich brauche Hilfe. Ja, ich brauche Hilfe. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah. Ah ja. Machen wir die Scheiße nochmal von vorne. Na ja. Da. Da. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. So. Und Kurtis ist da drüben. Können wir doch voran, nur die Möge. Können wir den Kult machen? Ein erstes Mal! Ich brauche mich! Ich brauche mich! Ich brauche mich! Hoppala! Lass mich! Ich brauche mich! Du Arschgegel! Ich brauche mich! Hoppala! ich bin nicht die meiste ich schlage es aus ich bestätige du richtest es ist besiegt verlassene mine ist jetzt komplett verlassen da Jetzt kannst du loslassen. Loslassen, Cassandra. Loslassen. Du lernst das nie. Loslassen. Danke. Das mit dem ranhalten, das wegspringen, das kannst du nicht so richtig. Hier. Waren wir schon hier? Waren wir von hier gekommen? Weiß es nicht. Schaut nicht so aus. Jetzt schauen wir mal Quartisten-mäßig, ne? Mhm. Haben wir was zum Aufdecken? Ich weiß nicht. Schiff. Ahoi. Entlassen. Na? Das kann man nur zuweisen. Interessant, ne? Wir kommen gerade in Klaas und den Typen. Inventar-eel. Inventar-eel. Okay. Okay. Sonntig, viel Sonntig. Tüchchen. So, Pferd noch mal ganz, so, ja. So, haben wir Fähigkeitspunkte, gar nicht geschaut, ne? Dann gehen wir wieder raus aus der Höhle, ne? Das kriege ich. Scheiße, ich bin tot. Peng, peng. Ja, was ist denn? Blöder Vogel, ey, ich da. Was machst du denn da drin? Komm mal raus da. Ich schon. Das ist immer blöde. Nichts geht mehr. Endlich bin ich wieder frei, dank dir allein. Wir sind aber sehr dankbar, die Leute, ne? So, da rauf. Oder auch nicht, da rauf. Dann mache ich gesagt, okay, spring drüber einfach. Ja, Mädel. Ich sag nichts mehr. Gib mir mal Cash. Ja, ich sag, das war's einmal für die Folge, ne? Und ich sag danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.